Gute Wie bei HellDragonLP und ich begrüße euch heute zu dem im Stream angekündigten 500 Abonnenten Gewinnspiel. Ja, ich habe sie dann mit euch zusammen doch relativ schnell geknackt. Ich hatte mir ja bis zum Ende des FIFA-Jahres es vorgenommen, die 500 Abonnenten zu bekommen. Tja, jetzt sind wir Anfang des Jahres und dank euch haben wir sie geknackt. Erstmal großes, großes Dank an alle, die mir auch schon seit längerer Zeit die Treue halten. Da gibt es ja ein paar Spezialisten, über die ich mich immer wieder freue, wenn sie unter meinem Video posten. Und ich hoffe, es kommen immer wieder ein paar Abonnenten natürlich dazu, dass wir als Community ein bisschen wachsen, denn darauf möchte ich hinaus, dass wir untereinander wirklich eine kleine Community werden, wo auch mal der andere dem anderen hilft. Das hat ja im Stream teilweise auch schon ganz gut geklappt, fand ich, wo einfach Fragen gestellt wurden und ihr habt dann dem anderen eine Antwort drauf gegeben. Ich möchte dieses kleine Gewinnspiel, aber auch da zu nutzen, um so ein bisschen in die Zukunft zu blicken. Es wurde jetzt ein aktuelles Thema Small-Off häufiger gefragt. Ich habe heute mir im Auto, also beim Autofahren, da etwas überlegt. Lasst euch überraschen, also die Small-Off-Serie wird definitiv weitergehen. Vielleicht nicht in der Form, wie ich sie angefangen habe, aber da komme ich in dem eigenen Video noch dazu. Und ich habe mir eine neue Serie, ja, ausgedacht in Anführungsstrichen, aber auch das nur jetzt hier mal so als kleine Zukunftsmusik. Alles weitere dann in einem separaten Video. Und natürlich keine Angst, weil ich auch gesehen habe, dass ich natürlich auch Abonnenten verloren habe. Weiterhin werden natürlich die Player-Reviews kommen. Ganz normal. Das soll der Hauptaugenmerk bleiben. So, jetzt kommen wir aber wieder zurück zum Gewinnspiel. Ähm, was müsst ihr tun, beziehungsweise was gibt es zu gewinnen? Ähm, relativ einfach. Ich werde oder stelle euch 20 Euro zur Verfügung. Ich weiß, es ist nicht, äh, so viel. Werden jetzt einige schreien, aber ich finde, das ist ganz in Ordnung für 500 Abonnenten. Ähm, spielt keine Rolle, ob ihr auf der Playstation zu Hause seid, auf der Xbox oder am PC. Ähm, da ich euch dann eine Karte zur Verfügung stellen werde und ihr dann den Betrag, ähm, einfach aufladen tut. Ich kenne es jetzt nur von der Playstation, da ist es diese PSN-Card. Äh, bei Xbox, äh, wird sowas, denke ich, auch geben. Und bei den PC müsst ihr mir einfach sagen, ähm, ja, wie wir das dann bestregen. Vielleicht PSF-Card oder was auch immer dann möglich ist. Da werden wir uns schon irgendwie einig. Und wie kann man daran teilnehmen? Ganz einfach. Ihr lasst einen Daumen nach oben da auf dieses Video. Seid Abonnenten, das ist ganz wichtig. Es gibt keinen Gewinn, wenn ihr kein Abonnent seid. Das wäre einfach unfair. Und schreibt in die Kommentare Hashtag DragonArmy. Das war's im Grunde genommen. Ihr könnt noch gerne was anderes natürlich dazu schreiben. Ähm, aber Hauptsache, äh, ihr schreibt Hashtag DragonArmy. Auslosen werde ich das Ganze dann mit diesem YouTube-Random-Picke, habe ich gesehen. Da kann man per Kommentare dann zufällig jemanden rauspicken. Also wie gesagt, es gibt einmal 20 Euro für alle Konsolen, alle Plattformen sozusagen zu gewinnen. Wie gesagt, Hashtag DragonArmy und dann seid ihr dabei. Ja, ich hoffe, das Videospiel gefällt euch ein wenig. Und, äh, wenn dem so ist, dann lasst natürlich einen Daumen nach oben da. Schreibt dann was in die Kommentare, nämlich Hashtag DragonArmy. Und dann bleibt mir erstmal nicht mehr wie immer zu sagen, macht's gut und ciao.